Lass uns mal runter. Das ist verdammt steiniger. Ich weiß nicht, ob es da besser wird. Oder ganz nach oben, aber das ist auch blöd. Ja, ja, nee, klar. Dann werden wir hier noch weiter suchen, klar. Ja, ja, ja. Ach, dein Kinspan hängt fest. Warum? Die Frage ist, ob ich noch eine Wahl habe. Ach, was Lug. Bitte? Scheiße. Getroffen? Ja. Ja. Also ich irgendwie hier lang. Aber jetzt muss ich erstmal die Kamera wegstecken. Weil das geht so gar nicht. Ja. Es ist etwas kompliziert hier. Weil es extrem steil ist. Hier scheint so ein Thread zu sein, wo Fahrradfahrer tatsächlich entlang fahren. Also so Downhill-Fahrer. Und hier wäre ich jetzt fast runtergerutscht. Und eigentlich wollen wir auch da unten hin. Da ist nämlich ein schöner Platz zum Rastmachen. Das ist die Frage, was ich mache. Runterrutschen? Oder außen herum irgendwie versuchen entlang zu kommen. Aber ich glaube, runterrutschen an der Stelle könnte schief gehen. Und da habe ich ein bisschen mehr gerümpelt. Jetzt haben wir unseren Rastplatz gefunden. Total schön. An einem kleinen Bächlein. Da bin ich gerade runter. Ziehen wir dann vorbei. Das einzige, was hier ein bisschen nervig ist, sind die Lücken. Jetzt versucht eher rum zu gehen. Das sieht man hier gerade nicht, weil der hinter einem großen Baum versteckt ist. Direkt vor dir! Und wenn du es nicht schaffst, nimm dir einen Wanderstopp. Jetzt beginnt die Rutschpartie. Aber man sieht, die Sachen bleiben alle dran. Ihm geht es gut. Und er hat sich jetzt noch Handschuhe zum Schutz mitgenommen. Das war wahrscheinlich nicht so gut. Das ist wahrscheinlich auch eine verdammt gute Idee bei dem Gürall hier. Das war's. 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 Das war's.